Heute schauen wir uns die Reolink E1 Zoom an und wieso ich diese selber daheim benutze, was die Vorteile, Features sind und vor allem auch, wie sie AI und Kontrolle verbindet. Fangen wir allerdings direkt mit einem der coolsten Features an, wie ich finde, und zwar der Kontrolle. Denn du kannst es einfach jetzt hier platzieren oder auch überall, wo du willst und kannst dann über die App, wie du hier siehst, nach vorne, nach hinten, nach oben und auch nach unten und dabei genau den Winkel einstellen, den du möchtest. Das heißt, es gibt einen Standardwinkel, den stellst du jetzt zum Beispiel dort hinten ins Regal und dann kannst du von dort aus alle beobachten. Das heißt, dieser Standardwinkel ist auch dann der Start sozusagen. Denn von diesem Standardwinkel aus geht das ganze Tracking los. Das heißt, es gibt diesen Standardwinkel und wenn die Kamera dann irgendwas sieht, zum Beispiel einen Hund, was in meinem Fall dafür ist, dann verfolgt sie diesen Hund und nach einer Weile geht sie wieder in diesen Standardwinkel zurück. Und bei diesem Standardwinkel hast du mehrere Optionen mit dieser Kamera. Als erstes hast du den Zoom, denn das ist der Reolink E1 Zoom. Das ist die Variante, die praktisch ist, wenn du deine Kamera überall platzieren möchtest und nicht so viel Varianz hast. Denn durch den Zoom kannst du nochmal dreimal optisch reinzoomen, ohne dass du Qualität verlierst. Hast du jetzt viele Plätze, würde ich dir sagen, ist vielleicht sogar besser, den Reolink E1 Pro zu holen, da der sonst fast identisch ist. Aber, falls du eben diesen Platz nicht hast und nur einen speziellen Platz, wo du diese Kamera gerne möchtest, aber nicht weißt, ob sie dort so richtig passt ohne das Zoom, dann ist das hier perfekt. Und dadurch kriegst du nochmal einen näheren Blick und natürlich auch, wenn du unterwegs bist und jetzt irgendwas genauer anschauen möchtest, kannst du reinzoomen, um nochmal mehr Details zu bekommen. Des Weiteren kriegst du hier eine 5 Megapixel Kamera, was dir eine Auflösung von 2560 auf 1920 bietet. Du kannst auf dem Video hier schon sehen, wie das Ganze läuft. Ich persönlich finde, die Auflösung ist gut genug, vor allem dafür, dass es eine Videokamera ist. Also eine Sicherheitskamera, die nicht dafür ausgelegt ist, super toll zu sein, doch trotzdem tolle Bilder macht und Videos. Und das finde ich ganz gut, denn man erkennt die Person klar und ist auch, denke ich, wichtig für manche AI-Features, die diese Kamera eben integriert hat. Dazu hat das Video 20 FPS, ist schnell genug. Ich würde sagen, wenn du jetzt vorhast, diese Kameras auch die Videos zu veröffentlichen, ist vielleicht ein bisschen wenig, aber wenn du es einfach nur für was sehen möchtest, reicht 20 FPS aus. Dazu hast du noch unterschiedliche Blinkwinkel. Das kommt jetzt darauf an, wie weit du reinzoomst, denn du hast von 45 Grad bis 98 Grad horizontal und vertikal von 37 Grad bis 75 Grad. Das heißt, der Blickwinkel ist recht groß, sogar etwas größer wie bei der E1 Pro, aber es kommt halt hier wirklich darauf an, wie weit du reinzoomst, denn darauf wird auch der Blickwinkel basiert. Dann gibt es auch noch Mikrofon und Lautsprecher in dieser Kamera integriert. Sind beides okay, aber natürlich nicht die besten. Das heißt, es reicht zum Beispiel, wenn du mit jemandem kommunizieren möchtest, sagt jemand, das ist gerade drin, passt auf deinen Hund auf oder so und du möchtest ihm kurzen Infos sagen, kannst du damit sprechen und wenn er reinspricht, kannst du auch hören, was er sagt. Dazu kannst du das auch dafür benutzen, wenn du zum Beispiel einen Hund hast und du möchtest ihm jetzt gut zureden, weil er alleine ist, dann kannst du auch dafür das Mikrofon benutzen. Als nächstes gibt es auch noch einen wichtigen Punkt, der dir vielleicht im ersten Moment gar nicht so einfällt, aber mir doch sehr wichtig ist, denn das Ganze muss auch gut funktionieren und das ist die App. Und da geht es los mit der Einrichtung. Und das geht wirklich simpel. Als erstes steckst du mal die Kamera ein, denn dann fängt die Kamera schon an zu reden und sagt dir, was dein erster Schritt ist. Denn du installierst dir dann als erstes die App auf dein Handy, iOS oder Android wird bei uns unterstützt, scannst den QR-Code, der hier drauf ist oder gibst den Code ein, je nachdem, was dir lieber ist. Und dann wird auch schon die Kamera erkannt und eingerichtet. Dann gibst du noch kurz deine WLAN-Daten ein und die Kamera ist verbunden. Das Gute ist auch, da ich es jetzt beim Testen mehrmals aus- und eingesteckt habe, sie verbindet sich sehr schnell mit dem WLAN und gibt dir dann auch direkt wieder über die App die ganzen Notifikationen, die du brauchst. Dazu habe ich noch ein, zwei Tipps für die erste Benutzung, wenn du die Kamera einrichtest. Zum einen mach am besten die E-Mail-Benachrichtigung aus. Bis du eine E-Mail kriegst, dauert es bei mir oft länger auf jeden Fall. Und mach doch dafür lieber die Push-Benachrichtigung ein, denn dann kriegst du direkt auf die App eine Notifikation und siehst auch direkt, wenn was passiert. Dazu kannst du die Push-Benachrichtigung auch mit Intervallen einstellen. Das heißt, du möchtest ja nicht, wenn dein Hund zum Beispiel die ganze Zeit vorbeiläuft, dass du immer eine Benachtigung kriegst, sondern sagen wir mal alle zehn Minuten eine Benachtigung oder alle zwei Minuten, je nachdem was du möchtest und bist ja auch schön flexibel unterwegs. Dazu kannst du das Reolink auch tatsächlich mit Google Assistant verbinden. Das heißt, ich habe ja da hinten einen Google Home und der kann dann auch das Video von dem Reolink direkt auf dem Google Home anzeigen. Ist praktisch, wenn man jetzt viel Smart Home daheim hat und das Ganze integrieren möchte und auch die Installation von dem Reolink E1 Zoom ist recht flexibel, sag ich mal. Du bekommst in einer Verpackung einen Halterstiel, das heißt, du kannst das Ganze auch auf die Wand oder auf die Decke oder auch wo immer du möchtest montieren. Dazu noch ein paar Schrauben oder du kannst es auch ganz einfach machen wie ich, du stellst es einfach irgendwann an einen schönen Ort hin, denn ich finde vom Designer ist das Ganze sogar gut und du kannst, wenn du es möchtest, auch noch eine schwarze Version haben. Das heißt, es kann sich eigentlich gut anpassen an schwarz- und weißem Möbel, nur wenn du Holzmöbel hast, würde ich mir vielleicht überlegen, das an die weiße Wand zu machen, aber das ist natürlich wiederum Geschmackssache. Dann kommen wir jetzt allerdings zu dem Wichtigsten von dieser ganzen Kamera, ihre AI-Features und generell ihre Features, die sie besonders machen und die alle über Software funktionieren. Außer eins mit Hardware muss ich noch reinbringen und zwar diese Kamera hat auch Infrarot-Nachtsicht, das kann sich automatisch umschalten und das Praktische hierbei ist einfach, wenn du zum Beispiel in die Nacht gehst und die man beobachten möchtest, gerade bei älteren Personen könnte das wichtig sein, damit du einfach ihren Status weißt, geht es ihnen gut oder auch vielleicht, wenn dein Hund da ist, so wie es bei mir da ist und du nicht allerdings das Licht anlassen möchtest oder natürlich auch für Einbrecher, dann kannst du die Infrarot-Nachtsicht anmachen und dann kriegst du auch in der Nacht ein gutes Bild, wo du immer noch was erkennen kannst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so gut ist, dass du die Einbrecher vielleicht später sogar wiedererkennst, aber es ist gut genug, um zu wissen, dass was da ist. Dazu gibt es dank Software-Features die Unterscheidung zwischen Haustier und Menschen. Das heißt, die App sagt dir direkt, ist das hier ein Haustier, ist das hier ein Mensch? Natürlich verwechselt es ja auch manchmal was, zum Beispiel denkt es ja auch mal gerne, dass ein Kuscheltier von meinem Hund ein Hund ist, aber das Ganze ist auch nicht so wichtig, da sich der Kuscheltier nicht aktiv bewegt und dadurch auch nicht aktiv benachrichtigt wird dafür. Das heißt, er wird zwar erkannt, aber es gibt keine Benachrichtigung, auch nicht wirklich ein Nachteil dadurch. Dazu ist dir vielleicht schon aufgefallen während dem Video, dass die Kamera sich manchmal dreht, denn sie hat die Funktion, die Menschen und den Hund nachzuverfolgen. Das heißt, wenn sie irgendwas erkennt, kann sie sich automatisch zu dem Objekt oder auch der Person weiterdrehen und verfolgt dieses. Das ist gerade praktisch, damit du weißt, wo die Person hinläuft und auch einfach ein paar Informationen dazu kriegst. Dazu kannst du auch noch optional eine Micro-SD-Karte hier einbauen und wenn du das machen möchtest, drehst du das Ganze hier einfach hoch und kannst hier die Micro-SD-Karte auch schon reinpacken. Geht sehr einfach und ist gut gemacht. Allerdings, was du wissen musst, die Micro-SD-Karte darf nur bis zu 256 GB gehen. Alles höher wird nicht akzeptiert werden. Das heißt, kauf dir einfach eine 128 oder 256, dann bist du auf der sichereren Seite. Allerdings, du musst keine Micro-SD-Karte einbauen, um das Ganze aufzunehmen. Du hast noch zwei weitere Optionen. Zum einen kannst du ihre Cloud nutzen. Das kostet nochmal extra, um dort die Sachen zu speichern. Da würde ich mir allerdings eher überlegen, eine Micro-SD-Karte zu kaufen, auch denke ich, das ist Geschmackssache. Und du kannst allerdings auch, wenn jetzt ein Einbrecher kommt, direkt über deine App aufnehmen. Das heißt, dann sagst du los, nimmst das Ganze auf und hast das, was du möchtest. Ich denke, für mich persönlich werde ich nur von der App aus aufnehmen, da die Daten, die ich wirklich überall immer brauche. Aber die Micro-SD-Karte finde ich gut und für viele macht bestimmt auch die Cloud recht Sinn. Dann wollte ich zum Schluss noch den generellen Nutzen von dieser Indoor-Überwachungskamera ansprechen. Denn, ich sage jetzt erstmal meinen Nutzen, und das ist die Haustürüberwachung. Das heißt, ich kann mit meinem Hund sprechen. Ich kann sehen, was es macht, wenn ich unterwegs bin und habe einfach generell hier ein bisschen Sicherheit, dass es dem Hund gut geht. Dann könntest du allerdings auch für eine Babyüberwachung nehmen. Ich denke, dafür wird es auch sehr oft eingesetzt werden. Das heißt, wenn du dein Baby jetzt zum Beispiel schlafen legst, kannst du damit überwachen, ob es wach wird, ob es sich bewegt oder auch andere Sachen macht. Du kannst sogar mit ihm sprechen, was wiederum hier sehr praktisch ist. Und du kannst natürlich auch als zusätzlichen Schutz gegen Einbrecher benutzen. Denn du brauchst nicht eine Kamera unbedingt innen. Sobald die Einbrecher nämlich reinkommen, kannst du sie auch von innen sehen.